Karl Lauterbach hat gekifft. Ja, ein Minister, der offen darüber spricht, wie er Cannabis ausprobiert hat. Haschisch, ausgerechnet der Gesundheitsminister. Ja, der selbst ja so ein gesund Mensch ist. Keine Salze, keine Fette bei ihm in seinem Leben, aber schon mal Cannabis. Darüber hat er jetzt im Spiegel gesprochen. Und dort hat er das gesagt. Also die Frage war einfach, haben Sie schon mal einen Joint geraucht? Und dann sagt er ganz klar und ehrlich und offen, ja, das habe ich. Und er spricht weiter, wie das war. Kommt dann die Nachfrage, wie war die Wirkung? Wie haben Sie das gefunden? Angenehm. Und er sagt, und das ist interessant, sehr angenehm. Karl Lauterbach, der sagt, Cannabiskonsum, ich habe es einmal ausprobiert, das war sehr angenehm. Genauso wie es sein soll, sagt er, entspannt. Keine Nebenwirkungen. Und dann sagt er eben, ich habe das danach aber trotzdem nie wieder gemacht. Cannabis hat unter anderem folgende Wirkungen. Verlangsamte Bewegungen, schnelles Vergessen, neue Gedankenverläufe, wirre Gedanken, eingeschränkte Wahrnehmung.